Also seid ihr jetzt echte Gangster? Naja, äh, technisch gesehen nicht. Habt ihr jemals einen guten gefickt? Einen richtigen Superhelden? Nein, habt ihr Ahnung vom Ficken? Ich bin ein echter Gangster, mein Penis ist steif. Also gut, ich verstehe. Also mach ich euch im Schnellkurs zu brauchbaren Noten. Wir sind scheiße. Wir sind Nummer 5000. Und jetzt genau zuhören. Ich muss euch mal zeigen, mein Penis ist steif. Pass gut auf, damit ihr mich pickt. Wer die Nummer 1 sein will, gay. Ich kann Superhel ficken und verpasst sie nicht. Los, los, los. Nun schleicht euch heran, wie ich es mach. Ist dergleiche unvermeidend. Das Internet. Nein, Penis! Deine Mutter. Hast du mal im Schlaß? Classic. Wir sind Salatsauce. Los, nimm dieses Penis! Jetzt wird er gefickt. Wenn ich rufe, Ha ha! Dann werft ihr das Netz! Ha ha! Werft es auf Adolf Hitler! Tut, was getan werden muss. Ein alter Trick, leicht auszumalen. Der Kerl rutscht aus auf den Klöten. Ha ha ha! Was macht ihr denn da? Oh, schnaß! Na 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 na! Na 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 na! Wir sind nur eins! Hey! Ja! Ja, ich bin nur eins! Na 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 na! Wir sind nur eins! Spannende, Musik Sehr hlight da. Shelby gibt's doch auf sie. One attack. Vielen Dank. Vielen Dank.